Herzlich Willkommen zurück zu TTT. Auch wenn ich Mav mag, das ist so ein Unterschied. Nephi hat sich gerade selbst eingezählt in der Einleitung. Als erstes ist es richtig gut. Bei Nephi ist es einfach gut. Wann kriege ich eigentlich T-Shirts? Nephi macht die besten Einleitungen. Ich trage das dann auch auf der Games Store. Ich lade die Folgen bei Nephi immer auf mein Red Team. Ich lauf einfach Dalo hinterher, er hat schon recht. Er weiß, was er macht. Ich hab auf Tautau gesagt, er hat nichts gesagt. Ich hab den Fade. Ich hab auch. Ich war in der Gefängniszelle, Tautau. Mein Fade von Trina Wander, sobald du in meine Richtung schießt, stirbst du. Warum? Das ist ein Grund mehr, dass du denkst. Der liegt doch schon ein Toter. Dalo über dir in der Tat liegt ein Toter. Ich kann Resident Evil mehr spielen, was ist denn scheiß? Okay, ich bestütze du ja jetzt. Hast du vielleicht deinen Ausweis nicht mehr parat? Ja. Ey, da kam Liquid Duck aus dem Traitorgang. Was für ein Traitorgang. Ich bin hier hinten in so ein Loch im Boden gefallen. Der ist doof, wenn man die Map nicht kennt. Ja, das ist definitiv. Ich hab gedacht, ich wär stuck. Hast du mich geschossen? Was machst du denn? Davey, der schießt auf mich dem Murder. Davey? Wo ist es? Tod. Was ist, Julia? McFly hat hier die Leiche aufgehangen, obwohl das nur noch die Traitor können. Ich weiß nicht, was er angewandt hat. Doch, Dalo hat doch die Konflikt umgeschrieben. Lügner. Sind du sicher, dass es McFly war? Hast du gesehen? Guck mal hier durch die Scheibe. Guck mal hier durch die Scheibe. Ich sag doch das, Nephi. Ja, dann ist McFly ja der Letzte. Wieso? Weil die anderen beiden schon tot sind. McFly, wir haben da unsere Taube dressiert und Traitor ist und stirbst. Der ist hier unten, der ist hier unten. Das ist eine absolute, echt hochkarätige Züchtung. Traitor ist aber schon tot. Wenn ihr euch alle zusammenstellt, dann entlarven wir den Train. Ja, Potsdam, komm mal her. Ja, okay. Hier, ich bin hier bei Liquid. Okay, da Liquid. Komm, wir gehen zu ihm. Ja, lauf zu ihm, lauf zu McFly, los. Okay. Halt aber, es fehlt noch Julia, Leute. Oh nein. Okay, es ist Julia. Verdammt. Oh nice. Riecht nicht gut, ey. Genau. Go. Komm. Verdammt, ey. Ah, Julia. Überführen, ne? Julia, ich war sicher, dass das war. Unsere Methoden sind erstmal. Jahrelange Erfahrung. Das schreiben wir nicht in die Akte, ne? Hast du die weggepackt? Ja, hab ich wegge... Hab ich schon weggeschmissen. Das kam aus. Ne, Julia ist auch tot. Ey, McFly, ey, du Mörder. Hier, ich hab ihn. Ich hab ihn. Dann los. Ja. Musst du noch hinkommen hier. Kundran, das ist. Ja, dann Kundran, der... Es ist Kundran, der alte Lüge. Jawoll, Abba. Und beide Detectives leben noch. Und beide Detectives noch am Leben. Weißt du, was du nicht gespielt hast? Weißt du, das ist... TTT... 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 Wir haben den Fall gelöst. TTT... Die hatten auf jeden Fall unglaubliche mitgebrachte. Er hat nicht� contrappeln. Also die Ermittlungen waren fehlerfrei. TTT... Jaja, ich war ja auch immer... Die Polizei... Glücklo vulnerable. TTT... Also der Plan ging auf. Der Plan war jetzt auch niet Der ist nämlich der Beste. Da bleibt mir kein Augenblick. Und gegen jeden geschossen. Julia, hattest du wieder... Unsere Taume hat euch... Ihr hattet irgendwas an euch, was die Taume als kriminell... Oh Gott, hab ich mir erschrocken. Sonst hätten die euch nicht angegriffen. Die ist eigentlich immer sehr friedlich. Ich hab ne Waffe unter dem Schreibtisch versteckt. Ich hatte ein paar Pro-Croom in der Tasche. Ey, hier. Das Problem war, die Taube floht schon, als Granz gesagt hat. Das fehlte... Wer hat da geschossen, wer hat da jetzt geschossen? Kundran? Nein, ich wurde angeschossen. Kundran, du hast doch den hier getötet, ne? Sorry, Kundran. Den hab ich getötet, das ist richtig. Er hat's zugegeben. Aber irgendeiner hat mit der Schrotflinze hier reingebannen. Ah, Taubein! Oh, das war ja so weit. Wow, Julia. Du hast einen Feilschlag an Arna. Goro bei Maudi! Er hat ihn! Da hinten schon wieder... Er klettert grad runter, während er sagt, er wurde runtergeschossen. Ich bin auf Mission. Aus dem Weg! Schnappt ihn euch! Ja, gehören wir schon wieder da lügen. Da Goro geht nach hinten, der schießt auf den Zeckte. Er hat die Waffe weggeworfen. Ich komme am Schießen, ist es! Tor! Tor! Panikmache! Panikmache! Man ist immer noch da hinten dran. Marv? Okay. Julia? Ja? Hattest du eigentlich vorhin wieder ein Erozeichen auf mich geschossen? Keine Ahnung, du warst zu nah und dann warst du da und dann dachte ich mir so... Bäh! Lass ihn nicht hoch, Marv! Lass ihn nicht hoch! Schubs ihn! Schubs auf, Marv! Hey! Das ist gar nicht gut, Marv! Hey, McFly ist es! Marv, McFly! Oh! Du hast Liquid dabei! Scoro, da Scoro! Bestimmt Goro! Du bist schon Trigger Happy! Tau, Tau, komm mal mit! Du bist schon Trigger Happy, mach es nicht! What? Oh, Dalu! Dalu war grad bei mir confirmed dead. Die hat auf mich geschossen. Oh, hier wird geschossen wieder. Tau, 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 Tau! Okay, ich glaube Nephi ist tot. Ich glaube Chigo ist... Alter! Oben in dem Raum kam irgendein Laser raus, was auch immer das war. Ruhm ausm Raum... Ja. Wer liegt denn da... Hier! Der Liquid auf der anderen Seite war auch gar nicht erschossen, da wo ich grad noch stand! Ja, der lag da und der Laser kam von hier oben. Ich weiß auch nicht von wem. Okay, von Chigo war es nicht. Nee, schon klar! Wir müssen Dalu noch erledigen. Dalu und Tau, Tau oder wie oder wat oder wer. Wie oder wat oder wer. Eißer, schwarzer Kaffee, Junge. Ich muss mal meinen neuesten Fausttanz hier zeigen. Auf die Jagd! Äh, wo sind die? Ah, der ist in diesem kleinen Geheimraum da oben. Oh! Wo? Ich bleib hier stehen und gucke. Hier hinten! Ja. Die andere Richtung. Wow! Da ist irgendwas explodiert. Ah, Dalu ist tot. Okay, gut. Da ist doch nichts, ey. Das waren alles Headshots gewesen. Papalapapapap. Dein Karma ist halt so am Sack, dass du keinen Schaden mehr hast. Das waren alles Headshots. Er hat ein ganzes Magazin in seine Birne, und er steht da noch, ey. Manche hätten sich jetzt bei Garrys Mod beschwert. Türrahmen. Das war der Türrahmen-Bug, genau. Ach, ja, stimmt, der stand perfekt. Ja, genau. Ja, wusste ich, wusste ich. Das war alles geplant. Jetzt im Nachhinein passt das doch. Jetzt im Nachhinein ergibt alles sie. Er kennt sich doch aus in dem Spiel. Was für ein Türrahmen überhaupt? Wenn du im Türrahmen stehst, kriegst du keinen Schaden. Okay, gut zu wissen. Dann mach ich das jetzt immer so. Wer fehlt denn jetzt noch? Die beiden sind ja tot, ey. Tau Tau, der Panda-Bär. Wannst du euch grad hier unten gesehen? Hör, warte, du schießt doch auf mich. Ja, du bist doch Tau Tau. Ich muss verarschen. Okay, du hast geschossen. Was? Du hast zweimal auf mich geschossen. Und du einmal. Leute, du müsst die Richtlinie erschießen, nicht? Tiefall. Kranz, schießt auf mich. Der ist hier unten. Nix mehr. War mein Spürhund. Der ist hier unten. Ich hätte leider keine Lebensweise. Ja, kann er. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Hier, Goro und Lef. Ich hab den nie aus der Ego-Sicht zugeguckt. Das war ein ... Also, da war nix. Er hat ein ganzes Magazin im Kopf von Lef. Aber erst dachte ich, der Kabel wär schuld. Nee, es war einfach kein Treff dabei. Bei 5. Schuss dachte ich mir, okay, nee, doch nicht. War das bei euch passiert? Das war jetzt dieser Dead Ring, oder wie der heißt, oder was? Ja, genau. Goro, ich bin jetzt auch dabei, Goro bei. Wenn ich Schaden bekomme, wird es eine Fake-Leiche liegen. Goro bei. Und du bist unsichtbar, oder was? Genau. Mit Rechtsklick machst du dich wieder sichtbar. Okay. Marv, hast du gesehen, wie ich Yuya gesnipet habe? Du kannst, wenn du unsichtbar bist, auch nicht schießen. Du musst sie erst sichtbar machen. Mit Rechtsklick machst du dich. Da warst du doch mit mir in dem Gang gerade, Marv. Kaputt. Dead Ringer ist echt gut. Das ist so ein weißes ... So eine Blaupause. Ja, ja. Das hat das ... Okay, unten in der Haupthalle ist Goro. Hab ihn! Oh, Tau, was? Was? Warum schießt du auf Goro? Tau, mal ... Denk ... Marv, was? Warum schießt du auf Goro? Marv. Was ist das passiert? Oh. Ich hab Marv getötet. Warum? Marv ... Marv ... War random. Schon wieder. Marv, ich ... Hat er was gemacht? Hat er was gemacht? Wer hat ihn getötet? Oh. Oh. Also, Kunde hat er eine Mache schwarzlicht hier. Das ist eine Leich ... Rance kann Leichen aufhängen, das können wir Trader. Das können, hab ich ausgemacht wieder. Rechen dich, das stimmt. Komm doch um die Ecke, Goro, kriegst ein Headshot. Oh, warum springst du denn? Hast du mir ein Headshot gegeben? Nein, er ist gesprungen. Der ist wieder tot, ey. Der ... Wenn Tobi zackt drauf. Fuck, er verfolgt mich. Oh nein, der Zombie ... Lass sie nicht springen, Goro. Guck durch die Ecke. Oh nein, ich versteck mich. Dann guck, ob du mich findest. Oh, da kommt erst ein Fass, ey. Oh, der Meister der Lügen, ey. Oh, nee, fast. Meister der Thanos, ey. Wenn ich sterbe, Leute, merkt euch den Namen. Oh, hier ist ein geküscht. Goro, bye. Goro, bye, hab ich gehört. Martha übrigens später, auf dem sich angezeigt wird. Hau mit your bots da. Oh, drei Schaden. Da kommt der Zombie schon wieder. Das kriegst du zurück. Erstmal steck ich mich vor, das Kapuze. Oh, der Fass. Wo bin ich jetzt, ey? Wo bin ich jetzt? Shots were fired, Goro. Los, du musst da hinten stehen bleiben und ich hier, okay? Okay, okay, okay. Wo seid ihr denn? Tennis. Oh, 92. Hast du mich nicht gesehen? Nee, nicht so. Haha, guck mal nach oben. Das ist nicht aus. Meine Waffe ist da. Oh, das war ich. Das war ich. Da trinkt einer. Oh, das war immer noch ich. Wer war das? Wer hat getrunken? Das war Kump dran. Ich war das. Oh, Kopfball verlängern. Leiche, du hast deine Leiche verloren. Warte mal, wer schießt noch mehr? Wer schießt hier unten? Das war Kump dran. Und? Das war auch ich, weil meine Waffe ist da hinten. Komm, Evie, komm, Evie. Lutz doch nicht, Tomis. Er wollte dich botzen. Ich hab's gesehen. Was war das für ein Guder? Wenn Evie war es wieder. Hier, ich leg dich auch hier so. Oh, das fasst. Hey! Ah, du bin... Ja, Goro lebt wieder. Oh, was war das? Goro hat eine Brand geworden. Goro, zeig mir da. Mit Disco? Das war eine HE, ja. Das war eine Medisco. Das war eine HE. Ja, du kannst die Heizkirbel auch nicht schütteln. Nee, das war die Tür, glaub ich, von dem. Das ist er. Dalu? Maxi, ist es Dalu jetzt, oder nicht? Hey, what? Dalu, ist es ein Dead Ringer? Nee, nee. Da hat irgendwer nen Dead Ringer. Ja, äh, ich nicht. Dac, bist es du? Ich bin doch nicht. Hier wurde doch grad geschossen. Gibt's hier nen Traitor Rumi auch, oder? Ja, wau, schieß doch auf mich, Dac, ist es. Dac, schieß doch auf mich. Wurde auch Zeit, ey. Fast tot, ey. Kapuze, der random murder. Dac, also. Hey, geh weiter. Ich hab'n grad nix gemacht. Kapuze hat auch um mich geschossen. Aber der war doch hier, oder nicht? Ja, ich hab'n auch hingehört. Hey, 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 Dalu schießt auf mich. Julia schießt auf mich mit ner Shopgang, oben im Traitor Raum, auf dem Balkon, wo nur der Traitor hinkommt. Nein, nein, da kommt... Ah, da ist sie, ich seh' sie, hab sie. Ja, ja, mach. Hä, ihr könnt'n mich gar nicht sehen. Hä, ihr könnt'n mich gar nicht sehen. Haben wir ja das Traitor-Duo hier am Start, oder war das los? Ja, ich glaube, ich bin's nicht. Ja, ich bin hier unten, ganz normal. Und ich komm' hier nicht mehr raus, aus welchem... Okay, Link, das war's doch. Ähm... Ähm... Okay. TauTau wurde angeschossen. Diesmal war's, Julia. Nein, weil ich mich hier eingeschossen habe. Diesmal... Jetzt aber! Julia, ich hab's doch gesehen! TauTau, Julia hat auf dich geschossen. Von oben, von dem Balkon. Oben, von dem Balkon. Ich hab' mich eingesperrt. Das war der Raum. Allein in den Raum kommst du nur als Traitor. Nein, das ist... Einer hat TauTau angeschossen. Schon wieder. Hey! Hey! Oh Mann, ey. Wo ist Dalu? TauTau, das war random. Wo ist Dalu? Ja, das geht gar nicht. Julia schießt auf dich. Ja, ja, ja. Rette dich. Ja, ja, ja. Wow, wow, wow. Da war ein Dead Ringer. Ja. Jetzt auch noch trinken, TauTau, ne? Unter aller Sau hier, was hier abgeht, ne? Unter aller Sau. Waren wir mal hier. Hä? Was? Hier sterben Leute und du machst nix. Du besäufst dich da. Lass mir viele noch leben. Fast gar keiner mehr. Ey, mein Ding funktioniert nicht. Ja! Weil du den falschen getrunken hast. Da hat schon wieder einer auf dich geschossen. Aber was ist denn hier los? Na Kundran, sorry. Kundran war das? Ach, die brauchen viel Lust. Ich glaub wir sind die letzten beiden. Jetzt macht den Dalu abgesehen. Oh nein, 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 nein. Ach der, jetzt geht ja irgendwann als Traitor. Da ist mein Karma back. Nein, nicht mal da. Es gibt zwei Juggernauts im Ding. Ähm, einer heißt Juggernaut und endest Stamin ab. Damit rennst du schneller. Ah, nicht verwechsel. Ich glaub's ganz verwechseln. Das war aber ne geile Runde gewesen. Denkst du, ich hab grad den Deadringer gefunden, ey? Dann hab ich halt diesen Märtyrer-Kack genommen. Ah, wie geilen Hautlauisch. Ich schieß den die ganze Zeit aus irgendeiner anderen Ecke an. Ja. Mit was hast du das gemacht, dass du die ganze Zeit irgendwo anders warst? Der Deadringer. Der Deadringer immer. Das ist der Deadringer immer. Boro, du hattest doch aber noch viel HP, oder nicht? Ja, 75 auf einen Schlag. Krass, ey. Hä? Ja. Schieß hier. Oh, schuldigung. Wolltest du grad auf mich schießen? Nee, ich hab nicht auf dich geschossen. Nee, aber die Aussage war falsch, ne? Wolltest du auf mich schießen? Nee, ich hab nicht auf dich geschossen. Nee, ich hab nicht auf dich geschossen. Ja, die Antwort war nicht. Hä, Goro, wo bist du hingegangen? Wollte schon. Er hat noch nicht auf dich geschossen. Wo bist du denn hingegangen? Ich hab nur nicht getroffen, ne? Ah, okay. Oh, der Kapuze hat mich angeschossen. Oh Gott, wie viele Leute sind denn hier? Was haben wir denn mit dem Lötchen vor? Was haben wir denn mit dem Lötchen vor? Hey, Goro. Fühlt sich voll. Kannst du mir den Hut hier aufsetzen? Ich würd gern wieder eine Zombie aussehen. Kapuze. Müsst du dich hinknien, glaub ich, oder? Oh! Der geht hier drin? Ja, der müsste durch die Haupthalle kommen. Also durch die Fenster im Seitenraum und so. Nils hat ein Messer! Hey, lass mich raus. Lass mich raus. Hast du das gesehen, Goro? Das kann übrigens auch Molly gewesen sein, ne? Das war Nils. Molly macht den selten. Dalu ist es, glaub ich, auch. Ja, Kundran! Dalu ist auf jeden Fall an Nils einfach vorbeigelaufen. Julia! Julia! Wo ist Nils hin? Ich lauf die ganze Zeit schon hin. Ich lauf die ganze Zeit schon hin. Warum? Rens, musst du eine Statue mitnehmen. Angst vor dir. Okay, jeder eine. What the fuck, wer schießt da? Ich hab den alten Bismarck. Ich hab Hitler. Den Bismarck. Was? Ich bin bei Kapuze. Wenn der sterbt, dann hast du nicht. Ja, wenn der sterbt. Kann mich ja vorher damit. Mit Gaming und dann Triggerhead die Dalu-Card. Also wenn's gut Gaming ist, ist es Dalu auch. Wenn ich es wär, wären schon mindestens sechs, sieben Leute tot. Boah, was kommt denn hier an? Ich bin immer noch bei Kapuze. Okay, wir sind bei Chego. Hey, hier ist mein... Nefi, G&G wird einberufen. Komm zurück. Tau Tau. Tau Tau ist noch ganz ruhig die Runde. Hier, nimm dir den neuen Geruch. Tau Tau ist ganz schlimm. Tau Tau ist noch ganz ruhig. Tau Tau, geh weg von mir. Nefi, hier, nimm dir auch eine Statue. Das ist unser Kennungszeichen. Da rechts. Hier rechts. Und damit werfen wir auf Nils, wenn wir ihn sehen. Alter! Chego! Du Monster! Sie hat G&G unterwandert! Das gibt's nicht. Polizeigewalt! Lügenpresse! Lügenpresse! Was mit Mav und Tau Tau hier? Die laufen hier zusammen die ganze Zeit rum. Oh mein Gott, unsere Organisation hat keinen Sinn mehr! Alle raus! Jeder für sich! Lügenpresse! Wer hier hochkommt, wird geschubst. Haha! Lügenpresse! Du sagst das so toll! Geh doch hier hoch jemand, Leute! Ah, der Traitor kommt! Lügenpresse! Lügenpresse! Ah, ich hab mein Rechtes Glück verbraucht! Guck mal, wo ich den Hut hingewarren habe! Ah Nils, das ist gewiss, da ist es Dalu aus! Was bist du aber schon? Ja! Hab ihn! Es ist Dalu! Dalu ist es! Und Granz und ich, wir sind safe da. Und wie ist es eigentlich? Nein! Warum hat der Nils nicht getötet vorhin? Weil er sein Geld bekommen hat, der Datinger macht einen Error! Wir haben es doch geschrien! G&G hat doch ein Newsletter rausgeschickt! Hast du ihn nicht gekriegt? Aber euch... Euch soll ich mal auch nicht trauen! G&G? G&G ist doch safe! Wir haben Nils hätten überführt! Boah, da drüben! Da drüben! Wer hat auf dich geschossen? Keine Ahnung, hab ich nicht gesehen! Der war hinter mir! Das ist ein Schweizerraum, Leute! Hast du Schaden genommen? Wer hat Dalu denn jetzt erschossen? Ich nicht! Nur vorhin zwei Frauen runterspringen! Ich hab Dalu erschossen! Und Nils hat Dalu erschossen! Oh fuck! Da! Julia! Julia ist es! Wer ist denn da oben drin? Julia ist da oben drin! Julia? Von dir hatte ich das nicht gemacht? Ich auch nicht! Ist da drüben geschossen! Claudia! Oh, da ist einer! Ich hab meine beste Wiedern... Ey, was seid ihr denn so Leute?! Fass doch auf! Wer fangt! Ein Kollege! Das war jemand von G&G, Leute! Warum hat Nefi eigentlich eine grüne Sternwand an? Hier eine Brandgranate! War ein Kollege! Erlös den armen Nefi doch mal! Geheil mich doch lieber! Er schieß ihn lang! Wie bist du jetzt aufkommen? Armen Nefi! Spiele Freitur! Springen einfach! Das war doch Fade! Okay! Ich spring! Er hat den Freitod gewählt! Nehmen denn noch! Es ist Tau Tau! Tau Tau! Ich spiele es nicht! Spiele ich nicht! Tau Tau hat gerade den Goro getanzt! Das kennen wir doch! Feinsten! Ja ja ja! Also ich hab Tränen im Auge gehabt! Ich hab Tränen im Auge gehabt! War danach hat jetzt eigentlich einer oder nicht? Nein, war einer nicht! Nethias? Nethias war einer! Ist ja unser lieber Granz! Böse, böse Nethias! Nee, Granz und Nethias sind safe! Aber ich bin geschubst worden! Das ist krass! Immer noch der Kapuzierer! Ja! Meine Katze ist aus dem Haus gerasset! Katze? Ja, meine! Wie heißt sie? Leopold! Oh nein! Das fand ich lustig! Was denn? Ich weiß ja, er hat mich abgeknallt! Ha! War das lustig! Ha! Schön, dass ich hier so eine Freude bereiten konnte! Alles gut! Alles gut! Gehen Sie weiter! Herrlich! Du Penner, ey! Wenn sie schon mal sehen! Oh, Pfann! Das sagt aber der Tautau, der ist auch fast tot! Tautau ist auch fast tot! Ja! Ist auch noch eigentlich verschossen! Keine Ahnung, los hier im Büro! Du gehst weg! Du gehst weg! Alles schon früher Feierabend! Ja, ja, ja! Alles Feierabend! Hinter dir! Hätte sie jetzt geschossen, Kapuze, ne? Der hätt ja auch gelacht! Ja? Was? Kapuze sollte auch den Freitoden nehmen! Was? Kapuze sollte auch den Freitoden nehmen! Du hast doch gerade auf mich geschossen! Nein! Das kam von unten! Das war von Tautau! Es ist Tautau, glaube ich! Tautau! Entweder Marv oder Tautau! Ey! Da schießt gerade einer auf Tautau hier, Marv! Der Marv! Dann ist es Marv, Leute! Ach, der war es gar nicht! Aber er hat auf mich geschossen! Der war! Oh Mann! Oh, abgeknallt! Es sind alle! Ja, dann muss es Marv sein! Okay, ich hab Marv erschossen gerade! Aber Marv war es auch nicht! Ja, dann ist es Link wieder! Ich bin's nicht! Marv hat doch mal auf mich geschossen, ey! Was? Nein, 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 nein! Warte mal! Doch! Jawoll! Das war jetzt aber fucking random! Wer war es? Kapuze? Ja, das war allerdings random! Ja, das war allerdings random! Ja, aber nice! Und da soll ich jetzt mal auflegen! Ohohoho! Ja, das war halt fucking random! Woher wusstet ihr, dass Kapuze ist? Ja, es war random! Ach so! Ja! Ja! Heuer sind schon zwei andere random gestorben, von daher ist der dritte random wieder aufgespielt! Weißt du, dass keiner gesehen, dass ich am Anfang auf dem Melon-Launch total gefehlt habe? Doch ich! Deswegen haben wir dich doch zum Abschluss hergegeben! Du hast gesagt Messer! Nein, aber es ist doch explodiert! Du gehst damals direkt neben mir! Ja, neben mir! Aber ich guck ja nur nach vorne und nicht zur Seite! Ja, deswegen dachte er das wahrscheinlich! Dass du mich gesehen hättest! Ja! Guck ja nicht sofort in die Seite! Aber es ist doch wieder sehr schön! So weißt du, ich schieß einmal mit der Deagle, denkst schon, ja der hat dann eh wieder den Dead Ringer und dann ist er tot, ey! So ne Schüsse gelingt auch nur dann! Wenn ich jetzt schnell bis es meckt! Ups! Ja! 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 Und auf wen hat der geschossen? Das wäre mal gut zu wissen! Auf Dalu, glaub ich! Das wäre mal gut zu wissen! Weil Dalu ist gerade vorbeigelaufen. Das muss man als Detail nicht tun, in solchen Fällen, ja? Nee, nee, so ist Nils, der macht das privat. Er hat auf mich geschossen. Nein, ich hab ne Disco zu ihm geworfen und da dachte er wohl jetzt mal ernst. Kapuze, warum machst du so wenig Leben? Weil ich runtergeflogen bin. Aha. Kapuze, heiß. Oh Gott. Oh Kapuze, schießt an, Julia. Hier Kapuze, heil dich. Oh! Nee, das ist, das ist Poison. Ach okay, shit. Das ist Poison, du schlammer dich aus. Poison Ivy. Kennen wir nicht aus, ich brauchte die Pflanzen nie. Das ist ein Gegengift, oder nicht? Ja, das ist ja Poison. Ja, aber das ist ja ein Gegengift. Oh, was hast du denn? Oh, Nephi! Das hab ich gesehen! Nephi, was? Das war Kunst! Was, wer schießt hier? Alles klar, Leute, ich glaube es ist wirklich Nephi. Nein, 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 nein. Was willst du von mir? Oh Gott, ich bin stuck. Ich bin weg, ich bin in der Granate fest. Hä, warum? Ah okay. Ich hing wirklich in der Granate fest. Ah, Kapuze schießt auf mich! Ich hab 63, du Grauner! Ich hab drei. Halunke! Hä, aber warum wegen mir? Ich hab das schon nicht mal gesehen. Ja, keine Ahnung, ich hab aber jetzt auch nicht geschossen. Ich geh halt nachweg. Irgendein hat durch den Raucher auf mich geschossen. Au! Gau! Ah, Goro war das grad. Goro hat mich grad geschossen. Ja, Goro wird ausgeschlossen. Gero wird ausgeschlossen! Gero wird ausgeschlossen! Gero wird ausgeschlossen! Dau, da lass weg, ich bin da oben! initially! Ah, das ist Ziegelwasser, Julia. Es ist Nephi! Was passiert hier? Nefi hat hier geschossen. Es ist Nefi der Scheiß. Nefi hat auf Kapuz oder Goro geschossen. Wo ist Nefi? Wo ist der denn? Ich hab nicht mehr viel leben können. Wo ist Nefi? Wo ist Nefi? Bibliothek oben. Nefi! Alter Crenz, was machst du hier? Ich hab eingekauft. Ich hab eingekauft. Nein, dafür stand zu kurz. Was hast du eigentlich gemacht? Crenz stand kurz AFK. Crenz hat vielleicht wirklich rausgekauft. Keine Leiche. Ja, ich auch nicht. Mehr als du. Was denn? Full HP, ich hab einen Flopper gekauft. Hey, da ist Nefi. Hä? Nefi ist hier. Damit ich gleich in der Halle eskalieren kann. Ich sag nochmal, es ist Nefias. Ja, genau. Was hat Nefi gegessen? Wer? Der hat mich getötet. Warum erschießt den denn keiner? Der hockt doch hier. Weil ich's nicht bin. Dann ist es Goro. Der stachet wieder alle Arten. Da vorne läuft Goro. Versuchst du grad jemanden in der Blume zu erschlagen? Hey, Goro hat hier Nils aufgehangen. Das kann nur Goro. Das kann man ruhig mal klatschen dann. Klatsch, klatsch. Könnt ihr mal in den Klatschen gerufen werden? Das ist kein Freifall. Wo bist du? Das war ne Drohung. Nein, ich will dir an die Wand schnallen, wer Trader ist. Also einer. Sag es nicht. Er weiß ja nicht, dass ich es nicht. Können wir uns gerne unten treffen? Warum? Dann sag es doch mir. Da war ich nicht normal mit. Nicht in der Trader-Runde. Ich hab keine Arscher. So weit unten, ja. Nee. Goro, ich hab mich versteckt. Mal hörst du es? Ich, Nils hat mit der Golden Eagle auf mich geschossen. Siehst du mich, Goro? Goro hat wieder Ecken... Julia schüttet hier. Der hier ist auch noch nicht safe. Ey, Goro, wer kam denn grad entgegen? Julia. Knall sie ab. Sie hat Mav getötet. Julia ist die detective. Hey, aber Julia kann nicht an Mav vorbei. Ich weiß nicht. Kann man nicht dran schreiben an der Wand. Da bleiben die Schüsse nicht da. Julia, denn es ist Kundran. Ja, den wollte ich an die Wand schreiben. Wen? Kundran? Kundran? Ich glaube es ist wirklich Kundran, Julia. Bei der vorne lag eine Leiche. Ja, der schießt auf Julia. Julia, ich opfer mich für dich. Ah, gar nicht geopfert, siehste. Wollt Kundran an die Wand schreiben, ey. Aber man kann an die Wand nicht schreiben. Die Kugel bleibt nicht da. Kundran. Und der andere ist halt Goro, aber das ist ja nicht so. Ja, ja. Das ist ja nicht so. Gut Gaming. Was war das Goro? Das ist doch tot. Ich war das nicht. Ach, der ist auch tot. Okay. Da ist Goro. Goro hat hier bin umgebracht, glaub ich. Und Tautau habe ich auch schon... Nein! Doch! Goro hat hier... Es ist... Kundran, war das schon? Tautau ist ja drüben. Und der kommt nicht hier an. Ich stell dir nur fest. Nefias ist auch. Nefias ist auch. Julia, wo sind die beiden hin? Dahinten? Ich sag doch, das ist Nefias. Nein, das ist nicht Seas. Nein, Goro ist es. Schieß Goro ab. Nefias ist Goro. Okay, okay. Schieß mich ab. Aber wenn ich inno bin, ist es Nefias. Ja. Danke. Noch einmal. Achso. Lass es mich nicht für euch. Ich hab doch den erschossen. Danke, Julia. Nefias hier unten bei mir. Hier ist Darm. Hier ist Darm. Hier ist Darm. Ist Darm. Hier ist Darm. Safe würde ich nicht sagen, aber... Ich hab mit der Golden Diegel geschossen. Und ich hab Kundran verraten. Stimmt. Eigentlich muss er dann Safe sein. Wenn ich sterbe, war's Nefias. Und übrigens ist Nefias Traitor und Goro ist safe. Nein. Goro ist Traitor, wenn ich bin inno. Nefias ist hier unten. Nefias ist hier unten. Nefias ist hier unten. Nefias ist hier unten. McFry. Er ist tot. Nefias ist hier unten. Nefias ist hier unten. Nefias ist hier unten. Keine Ahnung. Links in dem Raum, wo G&G gründet, wurde einer gestorben und keiner geht gucken. Da ist Nefias. What's da? Nefias nein. Ich bin safe, Nefias. Ich bin inno. Das weiß ich zumindest. Dass ich safe bin, ist noch eine andere Frage. Hier wurde G&G damals gegründet. Hier wurde... Und die Unabhängigkeit der Truppe unterzeichnet. Ich häng fest. Von den drei wichtigen... Ego war das eigentlich. Ach nicht mal? Nein, ich häng hier... Ja, dann nef die Waffe weg. Nein. Doch, sonst ne. Dann helf ich dir nicht. Ich guck mich mal. Dann... Dann... Wie kommt man hier raus? Hier? Ich kann schon alleine raus. Ich hoffe nicht, dass es Goro bei ist. Es ist Nefi. Es ist Goro, der ist ja nirgendwo. Goro redet auch einfach nicht mehr. Goro ist safe. Wohl ist seine Stimme so gern... Ego is ja auch noch in der Aopthalle rumlaufen. Dööööö. Ich lauf hier вик. Der E-tag vorbei? Heheheh! Ich ahne was es ist! Ich bin tot! Nein! Ich bin z 문제가. Tau Tau, auch tot. Einer nach den anderen. Ey, was, wer schießt hier um? Oh, Nefi. Ich bin's nicht. Warum sollte ich dir trauen? Julia, ich hab noch wen erledigt, aber ich glaube, ich sterbe. Wen denn? Dann ist es noch Liquid. Nefi und Liquid können sich duellieren. Ich hab McFlagg gekillt. Liquid... Warum denn ich? Ja, einer von euch bei Moses ist er. Oh, jetzt kommt die Unschuldstimme. Ja, ich hab... Ja, hier bin ich. Ich komm mal wieder raus. Dann schieß doch, Nefi. Hä, warum denn der war mal auf mich? Nefi war doch die ganze Zeit im Verdacht. Ich hab doch gar nichts gemacht. Alter, was wollt ihr von mir? Julia, sag mal schnell, wo du bist. Ich hab gar keinen getötet. Ich hab mich mal geschossen. Heilen mich bitte im Verdacht. Was? Jetzt schießt doch ihr Beine, seid die Letzten. Ob du Julia verdächtigst, hab ich gefragt. Schieß doch einfach, Nefi. Wo ist der denn jetzt? Oben. Das ist doch kacke. Warum soll ich mich mit dem doodieren? Dann ist er doch, dass ich bin, Alter. Das ist mir schon klar. Ich war ja safe, deswegen muss... Du hättest ihn einfach abballern müssen. Dann schnell weg. Oh, zwei HP'er dich noch mecken. Ja, aber nicht, wenn da in der Mitte drei Leute sind. Ja, da waren ja nur Grants. Ich dachte, Julia stand auch noch an der Ecke. Ich dachte wirklich, das ist Nefi war. Ja, natürlich. Also, Goro war safe. Ey, Goro, warum verdächtigst du unsere Mitglieder? Das ist... Keine gute Frage. Theoretisch hätte ich eigentlich schon mitten in der Runde Nefi erst abknallen müssen, weil der sowieso die ganze Zeit verdächtigt ist. Ja, was soll das denn? Du bist hier Mitglied. Eigentlich bist du sogar richtig angesehen in der Quote. Eigentlich. Ja, das... Jetzt nicht mehr. Zweifel. Der hat so ein bisschen... Zweifel. Du hast ihn doch auch verdächtigt. Nein, hab ich nie öffentlich besucht. Also, ich hab von Grants nie gehört, dass... Ha, die Kappe abgemacht. Ist das... Nefi, hast du mich jetzt so... Also, sollte ich Ersatz brauchen, ich bin echt ein bisschen verletzt von dir jetzt. Gax. Ich mach das wieder gut. Da, ich mach. Oh Gott, Hilfe. Ich bin bei Kapuze. Beim nächsten GNG-Treffen musst du richtig Getränke spendieren. Dann lass ich mich da was sprengen. Hurenmittel. Hey, gut Gaming, gentlemen. Ja, dann ist der Ringer. Outt auf. Der Ringer ist angegangen. Der Ringer muss uns raus. Der Ringer ist angegangen. Der Ringer ist angegangen. Äh, der Ringer. Ich hab Grunde... Ich hab Grunde an Auslösung getötet, weil der... Hey! Was hast du schon... Ich hab Fallschaden bekommen. Aber ihr könnt nicht gern... Oh Gott, wieso werf ich denn die Deagle weg? Er lügt. Er ist ein Deagle. Der Ringer hat mich geschlagen. Ja. Geschlagen. Ja. Und ich hab doch schon Fallschaden bekommen. Hey, jetzt reicht's. Ich hab's jetzt nicht rausgefunden. Hey, ich bin auch schon geschlagen. Der Ringer weg. Jemand die Racer-Tastatur, ich kann's ganz genau hören. Ich bin neidisch. Also, kannst du hören, welche Tastatur benutzt wird? Ja, dann war's kaputt. Ey, was wird? Warum? Okay, Nils, Alter. Du warst hinter mir. Du warst hinter mir. Du warst hinter mir. Das ist eh Nils, wenn der grade alle beschuldigt. Du ist Hetzel. Das ist doch so. Ich hab's doch noch zwei eingegrenzt. Ja, aber du warst mit uns und deine Aixen. Schiebst dann doch uns beide irgendeinen Fälle. Deswegen hab ich's ja gehört. Guck, der schlägt mich schon wieder. Hat einen Marfen-Tracer, fast den Kauf-Täuscher. Ich schieß Nils gleich um, ne? Das ist Gruppen-Mansch. Hier Gruppen-Gruppe gegen Nils. Ja, schieß doch Nils. Nils, ey. Da, Nils ist jetzt rot. Geh weg, geh weg, geh weg. Au. Ich arbeite hier. So, so. Mein Arbeitsplatz. Ist in Ordnung, arbeite schön weiter. Guten Tag. Hallo, was drauf? Ich hab das Büro, ey. Dalu hat allerdings auch nicht wirklich lange gefackelt, jetzt Nils hier abzuknallen. Ich hab ihn nicht getötet. Kann da mal jemand DNA nehmen? Ich hab's getötet. Ich hab's getötet. Kann da jemand bei Nils leichte DNA nehmen? Das ist nicht meine. Nee, den hab ich getötet. Aber du kannst suchen und hast ihn dreimal auf ihn geschossen. Ja, das hat aber nicht lange gefackelt, ey. Ich hab verstanden. Ja, du. Der auf einmal rot. Der Ringwind hat ihn umgebracht übrigens. Ja, liquid. Wollten nur mal so festhalten. Ja, natürlich. Wir können DNA. Lass einfach mal gucken, wenn Nils umgebracht hat. DNA. Ja. Das hab ich schon gesagt, dass ich das war. Ja, dann knallt ihn. Es war zum Abschluss dann, oder? Oh, die Musik. Aber Dalu hat angefangen auf mich zu schießen. Aber ich nicht. Auf ihn. Auf ihn. Ich hab auch nicht auf ihn geschossen. Hier, Kapuze, da. Ich wär mich nicht. Julian, du wolltest mich grad töten. Hä? Ich hab nur noch 19. Ja, nein. Das war Dalu. Nein, du hast ihn getötet. Da. Ja, du hast angefangen, ihn zu töten. Nee, du hast ihn durchgebracht. Ich breite dich doch gar nicht ab. Warum sollte ich? Ja, weil du Trailer bist. Gibt ja Punkte. Die Musik gerade passt so. Nö. Die Musik macht alles ein bisschen mysteriöser. Wer ist der Mörder? Wer war es? Kapuze ist auch ein Trailer. Natürlich bin ich auch. Ja, ich weiß. Wahrscheinlich hat er die Musik abgemacht. Aber warum? Es ist nicht schwer. Es leben nicht mehr viele. Okay. Es leben nur noch drei. Wie? Echt? Marv. Marv lebt doch wieder. Marv ist klar, dass er ist. Der ist tot. Ich hab zwei Trailer getötet. Ich stand auch im Scoreboard. Stopp. Du hast nur zwei Trailer getötet, wenn du Marv nur... Also ne? Wenn zwei verschiedene waren. Marv zweimal killen 10. Ja, ja. Der Botster natürlich. Der Botster war ja da. Gutes letzter. Ja, einfach kurz sagen. Kapuze ist der Letzte denn. Was? Kapuze hat gerade jemanden erschossen hier. Nee, hab ich nie. Kapuze hat Shigo gerade gekillt. Was heißt Schrotflint denn? Oh, wer heilt sich denn da? Oh, guck mal Kapuze. Find ich. Oh, das Bild. Oh, das Bild. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. 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 Bye. Schroech. Jodg. Tschüss. Schön. Schroech. 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 Bis zum nächsten Mal.